DELTA RADIO. Klingt anders. Ja, jetzt geht los. Schön Fahrstuhl fahren. Acht Stunden lang. Immer rauf und runter. Mit oder ohne Fahrgäste, ganz egal. Ich muss das durchhalten. Ohne Klo. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss hier wohnen bis halb sechs. Bis halb sechs müssen Sie hier wohnen. Ja, ich habe es mir hier bequem gemacht. Ja. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Auch viel Spaß dabei. Dankeschön. Und so geht das den ganzen Tag. Wir sind hierher gefahren nach Hamburg. Zurück. Du hast erst einen Kilo, oder was? Genau, richtig. Um mir hier was zu trinken und was zu essen zu bringen und das allergeilste. Pinkelpott. Ich hoffe, dass ich den ich brauchen werde. Du kannst auch gleich Platz nehmen. Wir können Karten spielen, wenn du Bock hast. Ja, kein Problem. Gerne doch. Aber da gehts, wenn wir jetzt mal in den paar Flughafen des Films kommen. Ich hab mir das Lied auf die Flughafen. Ich habe ein verraten. Und das ist jetzt hier. Die Sternenzeit ist hier 10 nach 3. Das heißt, noch 2 Stunden bis 20 Minuten. Ich bin nicht alleine. Julian ist immer noch da. Ich habe nur die Stellung. Mein Fahrgast ist auch dabei. Der nette junge Dame. Es ist hier 10 nach 4 fast. Blockbuch des Captains, es ist 10 vor 5. Hier ist der Videobeweis. Ich stehe in Etage 1, also ganz oben hier im Eizertal Einkaufszentrum und zwar innerhalb des Fahrstuhls. Ich habe es geschafft. Ich habe 8 Stunden in diesem Fahrstuhl hier verbracht. Ich bin total irre jetzt, aber das ist mir egal. Ich habe es geschafft. Doros, tut mir leid.